Hallo ihr Hübschen, willkommen zum Neumond-Orakel. Wir haben morgen Neumond im Schützen, der Schütze im Lennomer dargestellt durch das Klee. Es geht also darum, von Neumond bis Vollmond bauen wir auf. Was bauen wir also auf? Glück. Hm, eine Glücksphase, das persönliche Glück, wir bewegen uns Richtung Glück, eine Glückssträhne, auf jeden Fall Glück. Ja, legen sollte ich faszinierenderweise mal wieder auf Dreierkonstellation. Ja, wer mich länger verfolgt, weiß, dass das äußerst selten bei mir vorkommt. Aber ich soll wohl auf die Dreierkonstellation legen, weil mit diesem Neumond im Glück, mit diesem Neumond im Schützen, zieht auch gleichzeitig, ups, das war meine Katze, die Venus in den Steinbock aus dem Jupiter. Ja, also das heißt, für euer Glück habt ihr wohl, wo ihr nett zuvorkommt, romantisch, diplomatisch wart, jetzt zumindest die energetische Unterstützung, ja, für euer persönliches Glück, dem Grenzen zu setzen, was euch daran hindert, Glück zu leben, Glück zu fühlen, glücklich zu sein. Ja, da bekommt ihr jetzt die Unterstützung durch den Zug der Venus in den Steinbock, zeitgleich, ja. Du möchtest ins Glück? Nichts anderes ist für dich vorgesehen? Dann hör damit auf, das nette, blauäugige Liebchen zu sein und blockiere das, was dich an deinem persönlichen Glück hindert. Das heißt, Dreierkonstellation, gehe ich mal davon aus, dass euch die nicht glücklich macht, ja. Aber ich habe auf das Venus im Steinbock, habe ich einen extra Liebesblick gelegt, ja, die bleibt drei Wochen drin, den findet ihr in der Infobox. Und da geht es dann nämlich nur in diesem Liebesblick, ja, auf die Verbindung, auf die Entwicklung in der Zweierkonstellation, ja. Was macht dieses, ich setze dem, was mich an meinem Glück hindert, eine Grenze in der Zweierkonstellation aus, ja. Wie entwickelt sich diese durch diese Grenze? Aber das im Venus-Orake, ja, in der Infobox. Und wenn ihr diese Grenze setzt, ja, um euer Glück zu finden, wie stellt sich dann dieser, diese Venus im Steinbock, dieser Neumond im Schützen in der Dreierkonstellation dar? Ja, das ist die Frage, das ist das, was ich darstellen sollte. Ja, an Karten habe ich das Buch der Schatten-Tarot genommen, ja. Ist logisch, weil wenn, wenn ihr aufhört, nett zuvorkommt, romantisch, diplomatisch und zugewandt zu sein, sondern eine Grenze setzt, ja, dann bedeutet das für irgendjemanden, ja, er muss sich, er, sie, es, muss sich mit seinen Schatten-Themen befassen. Geht nicht anders, kommt man nicht drum herum, ne. Ja, und zusätzlich sollte ich das Osho-Zen-Tarot nehmen, ja, wobei geht es bei Zen? Glück durch was? Durch inneren Frieden, ja. Das heißt, ihr blockiert mit der Unterstützung von der Venus im Steinbock das, was euch an eurem Glück, inneren Frieden hindert, ja, was euch die Kraft raubt. Ja, gut, ihr blockiert das also. Schluss, Ende im Gelände mit nett zuvorkommt, romantisch, mit bedien dich an meiner Energie. Das heißt, es passiert was in dreier Konstellation. Hier liegt ihr im Zusammenspiel mit eurem Gegenüber und hier liegt euer Gegenüber im Zusammenspiel mit der Drittpartie, okay? Wir fangen mit euch und eurem Köpfchen an. Ups. Das, hier, euer Köpfchen randaliert, ne, rebelliert. Euer Köpfchen sagt, Schluss hier mit, nett zuvorkommt und romantisch, ne. Das, das schiebe ich jetzt mal einen Riegel vor. Gut. Ja. Euer Köpfchen, eurem Köpfchen wird mit dieser energetischen Unterstützung bewusst oder ist schon bewusst geworden, ja. Es geht gar nicht anders. Ich habe keine andere Wahl. Ich kann mich nur für mich entscheiden, ja. Ich kann anderen Parteien im Außen nicht zu Entscheidungen zwingen. Ich kann denen keine Entscheidungen abnehmen. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, mich für mich zu entscheiden. Mich für mein Glück, mich für meinen inneren Frieden zu entscheiden. Was anderes kann ich nicht entscheiden. Ich kann nur mit dem arbeiten, was ich habe. Und deswegen habe ich gar keine Wahlmöglichkeit, als genau das jetzt zu tun. Oder ihr habt es getan, ne. Und habt aber die Bewusstheit dafür, dass, ja, das quasi der einzige Weg ist, ne. Ja, hier. Ihr habt jetzt das, was habe ich gerade noch gesagt? Ihr habt das Bewusstsein dafür, ne. Ihr versteht. Ihr versteht, dass ihr die ganze Zeit in einer Dreierkonstellation, ja, gefangen, wie gefangen seid. Und dass euch deshalb gar nichts anderes übrig bleibt. Ja, ganz genau. Ihr seid im Fluss, ne. Ihr bewegt euch mit diesem Verständnis, mit dem Fluss des Lebens, der natürlichen Energie. Ich habe keine andere Wahl. Ansonsten würde ich ewig Gefangene sein, ne. Das hat euch die Flügel gestutzt. Und das ist der Grund, weshalb ihr das tut oder schon getan habt. Ja. Was sagt euer Herz dazu? Hier, ach ja, hier wollten ganz viele, ganz viele Karten fallen. Hier ist schon, ne, die, ich habe keine Wahl, ne, weil das ist ja die gelebte Seelenpartnerschaft, und das ist es halt nicht, ne. Ich, ich habe keine Wahl, ja. Das liegt nur, ich kann nur für mich entscheiden, ne. Und diese Partnerschaft lässt sich halt nun mal gerade nicht leben und das ist ein Fakt und ich kann nur mit Fakten arbeiten. der Teufel, ne, ist die Abhängigkeit. Andersrum, ne. Ich muss mich, ne, ich verstehe, ich muss mich aus dieser Abhängigkeit befreien. Es wird kein anderer kommen und das für mich tun, ne. Und das ist auch die Liebe, die in eine neue Phase tritt, weil sie sich aus einer Abhängigkeit befreit. Ja. Genau. Für was? Fürs Glück, ne. Um wieder glücklich zu sein. Ja. Um überhaupt wieder am Leben teilzunehmen, ne. Kriege ich hier so rein. Ja, das ist die glückliche Familie, ne. Die sich leben lässt. Aber das Glück lässt sich halt so nicht leben, ne. Das ist das Verständnis dafür, keine Wahl zu haben, ne. Und genau da liegt auch die Lernaufgabe, ne. Und das ist auch in der Dreierkonstellation, ne. Das familiäre Glück lässt sich in einer Dreierkonstellation halt nicht leben. Und deswegen, weil es nicht lebbar ist, muss ich mich aus dieser Abhängigkeit befreien. Das verstehe ich jetzt. Ich gehe mit dem Fluss, habe keine Wahl. Seit Biltain, ne. Das ist auch richtig, ja. Ja, also alle, die sich seit das letzte halbe Jahr von mir begleiten lassen haben, sind durch die drei Ernten gegangen, Körper, Seele, Geist, ne. Seit Biltain, seit Biltain, ne, ist diese Dreierkonstellation, ja. Ich habe mal versucht, mein Glück da drin zu leben. Es lässt sich nicht umsetzen, ja. hier. Nett zuvor kommt romantisch Leidenschaft und Lebenskraft Ende im Gelände. Ne, das raubt mir die Kraft. Ja, und deswegen jetzt diese Konstellation, ne. Aber die Träume von der gelebten Zweisamkeit sind trotzdem noch da. Also es ist in dem Sinne noch keine Herzensentscheidung, ne, fürs persönliche Glück, sondern eine Bewusstwerdung, ne. Die Liebe ist da, aber ihr gebt euch den Gegebenheiten sozusagen hin, ja. Das heißt, auf eurer Verkörperungsebene. die haben wir ja auch ein ganzes Schritt für Schritt, ne. Schritt für Schritt kommt ihr wieder oder spürt ihr wieder die Intensivität eurer Kraft und Schritt für Schritt, ja, weil das war jetzt auch eine sehr intensive Zeit, ne, in dieser Dreierkonstellation, ja, mit Höhen und Tiefen, ne, mit, mit, ähm, Glück und, ja, also es war halt sehr intensiv, ja. Und jetzt geht es darum, wieder hier das Glück, ne, das Glück aufzubauen, ja, im Außen, das erinnert mich an das Wochenorakel, gestern, ne, ich glaube, das war der mittlere Stapel, nicht zu Hause verkriechen, ja, sondern rausgehen, intensiv am Leben teilnehmen, ja, so dass man diesen Zyklus wirklich beenden kann und hinter sich lassen kann, ja, sich mit anderen zusammentun, tun, das Leben, ja, feiern und genießen, hier das Glück jetzt auch aufbauen, ja, energetisch bekommt ihr alle Unterstützung, die ihr jetzt bekommen könnt, aber zu der Energie bedarf es natürlich auch euren Willen, ne, dein Wille geschehe, ihr habt den freien Willen, das heißt, wenn ihr euch jetzt wieder Wochenorakel mittlerer Stapel, ne, in Frustration und alle, alle blöd und alles blöd vertiefen und zurückziehen und Decke über den Kopf machen wollt, kann euch kein Energiefeld der Welt daran hindern, ja, genau, zurück zur Quelle, hier, Uriel, komm ins Vertrauen, feier dich, feier das Leben, ja, das war sehr intensiv, aber du wirst da Schritt für Schritt rauskommen, wenn du dein Willen dazu beiträgst, ja, genau, past life, lass es Vergangenheit sein, ja, guckt mal, hier haben wir gleich nochmal eine Bestätigung, ne, hier, die Quelle, da haben wir nochmal eine Bestätigung, ach so, wartet mal, jetzt bringe ich hier die ganzen Reihenfolge, also wir haben ganz viele Bestätigungen, aber ich muss in der Reihenfolge bleiben, hier haben wir den Funken der Leidenschaft, ja, hier, den Funken der Leidenschaft, den energetischen Funken, den ihr bekommt, zu nutzen, den zu erlauben, dass er sich ausdehnt, ja, verfallt jetzt nicht in Trauerscham, hat sowieso alles keinen Sinn und kein Zweck, nehmt am Leben teil, nehmt am Leben teil, doppelte Bestätigung, ja, zurück in die Fülle, denn die ist für dich vorgesehen, dir werden Gelegenheiten und Geschenke gegeben, mit dem Neumond jetzt, ne, was sich aufbaut, verpasse diese Gelegenheiten nicht, verschwende die Energie, die dir jetzt geschenkt wird, nicht, ergreife und nutze und nutze deine Chancen, weil das Ast der Schwerter auf dem Kopf bedeutet, dass man, ähm, jetzt, das Leben sozusagen und die Fülle, die sich einem darbieten will, verpasst, ja, ungenutzt lässt, weil das Köpfchen nicht mitspielen will, ja, also, Wochenorakel, nochmal angucken, nicht zu Hause verkriechen, ganz wichtig jetzt, ja, nicht zu Hause verkriechen, es ist, als wenn ihr an so einem, an so einem Scheidepunkt steht, ne, so einerseits, das ist so dieses, ne, hier oben, ihr habt das Verständnis und deswegen wisst ihr, dass ihr nicht, keine andere Wahl habt und das sozusagen machen müsst, sage ich jetzt mal, ja, aber andererseits, er will sich das Gefühl der Befreiung nicht so richtig einstellen, ne, und da ihr, da seid ihr jetzt zur Mithilfe aufgefordert sozusagen, ne, euch werden Gelegenheiten wieder intensiv am Leben teilzunehmen, geschenkt, ne, keine Ahnung, Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkte, ähm, äh, Weihnachtstheater, Vorstellung, keine Ahnung, was da jetzt so alles kommt, ja, aber wenn ihr sagt, ne, ne, das will ich alles nicht, ich erlaube jetzt dem Energiefeld der Trauer und der Dunkelheit sich auszubreiten, dann wird das so sein, ne, dein Wille geschehe. Also das macht bitte nicht. Gut, was sagt denn euer Gegenüber zu? Ende Willkommen. Ja, das trifft euer Gegenüber wie ein Blitzschlag. Das trifft euer Gegenüber ähm, unerwartet, würde ich sagen, und, ähm, das findet ihr nicht toll, ne? Ich kriege direkt Kopfschmerzen. Euer Gegenüber, da stürzt jetzt etwas wie ein Kartenhaus zusammen, sehe ich so, ja, kommt gar nicht gut an. Ja, aber das ist auch das, was wir jetzt angezeigt, sowieso angezeigt hatten, ne, mit dem Dimensionssprung und hier dem Raum der Geborgenheit, rückläufiger Uranus, ja, wenn ihr den aufgebaut habt, durch alle drei Ernten gegangen seid, ja, sprich, ihr habt, Lebenskraft durch Leidenschaft gegeben, ihr habt euer Herz geöffnet, ihr habt Gespräche geführt, Freundschaft aufgebaut, etc., pp., ja, das ist ja voll doof, wenn das wegbricht, ne? Total blöd. Was mir allerdings komisch vorkommt, ist, ähm, dass ich das hier schon wie ein Blitzschlag liegen habe, weil normalerweise ähm, brauchen die ja auch ein paar Tage, bis sich diese Energie setzt, ja, bis so dieses, ja, ach, wer weiß, ob sie das ernst meint, ja, wirklich auch durchkommt, ne, Mist, das ist ernst gemeint. Und da es hier, wie gesagt, ne, wie ein einstürzendes Kartenhaus ist, so das Bild, was ich kriege, liegt, scheint die ernste Absicht durchgekommen zu sein. weil hier ist ein, ja, geistiger Zusammenbruch, ne? Fühlt sich nicht gut an. Ja, was, was ist das Köpfchen vom Gegenüber auf der Suche? auf der Suche nach Wissen, ja, also doch, das, ne, ist das ernst gemeint, ne? Auf der Suche nach, nach, ähm, Weisheit, nach Führung, nach Lösungen, äh, Ja, Vierter Schwerter ist das, wo man sich erst mal die Auszeit gönnt, aufgrund der Verletzung, ja, in sich geht und dann überlegt, was zu tun ist, ne? Was ja hiermit eigentlich auch angezeigt ist, aber ich hab hier die Auszeit nicht liegen. Das sind, ähm, Pläne, Entscheidungen, die nicht so empfehlenswert sind, ja, weil, ähm, ja, aufgrund der Zickerei, ne? Also sprich, da ist, ähm, Wut, Enttäuschung, ich will das nicht, ja, das hat man doch neulich schon mal in einem Orakel, ne? Den Strubelpeter, ich esse meine Suppe nicht, ne? Ich will das nicht und, ähm, da scheint eine Aktivität zu kommen, ja, weil wir den, okay, ich fahr erst mal runter, ne, besinne mich und gucke, was das mit mir macht, fehlt hier, ne? Also der Kopf ist, ähm, äh, müssen wir gleich mal weitergucken, aber, ähm, Angriffs- oder verteidigungsbereit, so nach dem Motto, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, ja, müssen wir mal weitergucken. Ja, und das Herz sagt, doch, mein Lieber, hier liegt deine Meisterschaft, genau mit diesem Einbruch meisterst du was, was dein Herzensbewusstsein, dir bleibt jetzt nämlich nichts anderes übrig, als sich dem Herzensbewusstsein zu stellen. Ja, aber hier haben wir schon, das sage ich ja, das ist Maß, ne? Vier der Stäbe ist, ähm, Maß, die Notwendigkeit von mutigen Handeln, ne? Also, ähm, Selbstsicherheit, ja, die, aber die Fähigkeit, sich zu verteidigen, Mh, warum? Weil die Erwartung, ja, die Erwartung, ähm, weiter, mit Lebenskraft und Lebensenergie gefüttert zu werden, sich nicht mehr erfüllt, ne? Es sind unerfüllte Erwartungen, die Schmerz auslösen und mit Schmerz geht man in Angriff oder Verteidigung, ne? Ja, hier, aber es ist Gerechtigkeit, ne? Die Waage der Mahd. Aber es ist gerecht. und mit dem Wissen, dass das eine gerechte Schlussfolgerung ist, ja, ein gerechtes Ergebnis ist, eine gerechte Handlung ist, war, wird, ja, je nachdem, wie weit ihr da seid, ja, das ist ne, ne, Meisterschaft, ne, die da errungen wird, ja? Aber mit der Mahd naht auch immer ein Moment der Gegenüberstellung, ne? Und das ist ja das, was ich auf Kopfebene hatte, da ist das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen. Naja, gut. Das heißt, wir haben auf der Verkörperung was. Ja, hier, ne? Da ist er, ne? Angriff, Kritik, Verteidigung, ne? Aber hier, versuchen sich aber ganz gelassen zu zeigen, ne? Ganz gelassen. Ja, okay. Gut, ein ganz schöner Einbruch, ja? Wie zeigt sich das dann im, im Zusammenspiel mit der Drittpartie? Ja. Ja. Gut, im Zusammenspiel mit der Drittpartie, der totale Stress auf Kopfebene, wobei, da, ähm, heile Welt zu zeigen, ne? Stress total, weil da, weder im Kopf noch im Herz, ja? Aber das passt hier, ne? Zu der, zu der Verkörperung, ja? Ich versuche mal hier ganz geschillt und gelassen zu bleiben, ja? Ähm, aber im Kopf stresst die Drittpartie gerade unglaublich. Warum? Weil kein, kein Platz im Köpfchen ist, um sich mit der Drittpartie zu befassen, ne? Das geht, das geht nicht. Ja. Ja, die Herrschaft, ne? sich zu beherrschen. Das gegenüber muss sich und den Stress beherrschen, ja? Um, ja, geschillt, harmonisch zu bleiben. Es ist ein Akt der Beherrschung, den Stress jetzt zu unterdrücken und den Alltag so normal wie möglich zu gestalten, will ich mal sagen, ja? Das Herz sagt dazu, ja, Festhalten an der Vergangenheit, ne? Ja, es ist die Dreifaltigkeit, ja, das seid ihr, die jetzt keine Inspiration mehr liefert, ne? Keine Lebenskraft, keine, keine Energie, ja? Völlig, ja, es fehlt es fehlt jetzt gerade die Inspiration, ja? Was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Das hier ist eingestürzt, ja, da versuche ich keine Schwäche zu zeigen und das stresst mich aber alles total und jetzt muss ich mich hier beherrschen. Warum? Weil ich die Situation erstmal versuche aufrecht zu erhalten, weil eine andere Lösung fällt mir gerade noch nicht ein. Okay, Verkörperung, ja, Gott, ist das gruselig. Auf der Verkörperungsebene bedeutet das, Unterdrückung zu teilen. Unterdrückung von was? Unterdrückung von Gefühlen miteinander zu teilen, ne? Ich beherrsche mich, versuche Stress zu vermeiden. Ich teile Unterdrückung meiner Gefühle. Ich teile das Unterdrücken von Fülle und Fluss. Gott, 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 ja, hier, ich komme nicht in meine Herrschaft. Ich beherrsche das gerade nicht. Ich bin zu schwach, mich dieser Unterdrückung zu stellen. Ich verarbeite gerade einen Verlust. Ja, was sagt die Drittpartie dazu? Die versteht wahrscheinlich gerade die Welt nicht mehr, ja? Die Drittpartie sagt, die Drittpartie kämpft, kämpft, Worum? Darum, dass alles wieder ruhiger, entspannter wird, ja? Das ist hier alles nur noch Kampf und Krampf, ne? Imboek ist eine Reinigung. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Situation zwischen uns wieder entspannt kriege, ja? Wie ich diese Energie zwischen uns bereinigt kriege, ja? Das ist hier alles nur noch Kampf und Krampf. Ja, ich unterdrücke ja auch hier die ganze Zeit meinen Stress, ja? Ja, warum hast du so einen Stress? Ich verstehe das nicht. Ich kann dich nicht mehr verstehen. Ich kann das, was hier zwischen uns abgeht, überhaupt gar nicht verstehen. Okay. Was sagt das Herz dazu? Nee, kannst du auch nicht. Dir fehlt nämlich ein Puzzleteil. Und warum fehlt dir ein Puzzleteil? Ja, weil er seine Gefühle unterdrückt versucht, die Beherrschung und die Kontrolle zu behalten und alles im alten Gefüge zu halten, ja? Deswegen fehlt dir ein Puzzleteil. Ja, aber ich weiß doch, dass hier was nicht stimmt. Die Energien zwischen uns sind nur noch Kampf und Krampf, ja? Aber ich kann meiner Intuition nicht komplett folgen, weil mir fehlt ein Puzzleteil. Ja, ist auch nicht deine Aufgabe, es ist die Aufgabe von ihm in die Herrschaft zu kommen und zu seinen Gefühlen zu stehen. Verkörperung, ja, ja, genau, aber auch du hast keine Lusten mehr dauernd mehr dauernd zu kämpfen. Auch du willst in dein persönliches Glück kommen und dem eine Grenze setzen. Da, Selbstbewusstsein, die Energien nach diesem Bedürfnis setzen sich schnell. Neumond, wird aufgebaut und Venus zieht als energetische Unterstützung in den Steinbock. Ach, der Erde auf dem Kopf, aber ich gehe meine Lernaufgabe noch nicht an. Warum? Ja, weil ich meiner Intuition wegen dem fehlenden Puzzleteil noch nicht folgen kann. Was ist hier mit schöner Zweisamkeit? Ja, die geht nicht. Wir teilen Unterdrückung und Leid. Muss ich mich tatsächlich auf der Suche, auf die Suche begeben nach meinem Glück und mich aus dem Mangel raus bewegen. Ich versuche die Einsamkeit zu heilen. Ja, also Leidenschaft und Liebe fließt hier nicht. Hier wird Unterdrückung geteilt, Kampf und Krampf. Aber es fehlt halt ein wichtiges Puzzleteil. Und ich sehe hier noch nicht, dass es geliefert wird. Hier versucht jemand mit aller Macht und Kraft seine Gefühle zu unterdrücken und die alte Situation aufrecht zu erhalten. Das heißt, es kommt auf eure Konsequenz an, euch dafür nicht mehr missbrauchen zu lassen, damit die Meisterung auf der Ebene des Gegenübers stattfinden kann. Ja, das ist der Neumond im Schützen, ihr Lieben. Wenn ihr dies für eure Dreierkonstellation gelegt haben möchtet, fein nach unten setze ich euch rein. Wenn ihr die Entwicklung zwischen dir und deinem Gegenüber auf der Ebene die nächsten drei Wochen sehen wollt, Venus im Steinbock, setze ich euch auch unten rein. Wer Unterstützung dafür braucht, WhatsApp Family Dezember, setze ich euch auch unten rein. Ja, bis dahin, ihr Hübschen. Hübschen. Hübschen.